Ugh, Thanksgiving macht jeden fertig. Weißt du, was sie bräuchte? Einen Schluck von dem Drink, den ich erfunden hab. Stewie Griffin präsentiert seine neueste Kreation. Monster Energy Drink. Was das ist? Keine Ahnung, aber das gibt's gratis an dem LKW, der vor Ihrem Büro steht. Kippen Sie einen Schnaps rein. Waren Sie schon mal hellwach, ausgenockt? Wollten Sie mal mit einem Fahrrad über den Zug springen? Einem Vogel den Schnabel abbeißen? Monster Energy. Schütten Sie es rein und stellen Sie später Fragen. Es ist grün, also ist es natürlich.